Ist es soweit? Machen Sie bald Ihr Eintreffen? Noch nicht, Starfire. Ich hab das hier als Glücksbringer und Willkommensgruß gefertigt. Glaubst du, es wird den Gefallen finden bei meiner Knifster? Deiner Knifster? Oh, du meinst deine Schwester Blackfire. Ja, auf Tamaran sagen wir Knifster. Es ist wie euer Erdenwort für Schwester, aber es bedeutet mehr als die Gemeinsamkeit der DNS. Die genaueste Übersetzung wäre wohl Mädchen, die durch die Ewigkeit miteinander verbunden sind. Das ist wirklich wunderschön. Ich bin sicher, Blackfire wird sich freuen. Die Ungeduld ist groß. Willkommen zum Fest für alle meinen... Nein, das ist Aris. Wer ist das? Aris, Gott des Krieges. Aris, wir heißen dich hier nicht willkommen. Ich verlange... Ich erledige das, Miss Königin. Hey, Mr. Kriegsgott, du stehst nicht auf der Gästeliste. Ich lade mich doch zu so einer Feier nicht selbst ein und dann stresst jemand rum. Also verschwinde! Hey! Ich hatte unseren Vater zu mir eingeladen, aber er ist nicht gekommen. Feiert er stattdessen etwa mit dir? Nein, Zeus ist nicht hier. Bestimmt ist er bei Dionysos. Der ist dein Bruder? Halt, Bruder. Lange Geschichte. Wo ist Vater? Hier ist doch gerade erst renoviert worden. Halb, Bruder oder nicht, dieser Honk braucht Gegenwind. Jetzt wird's ernst! Oder rauche ich? Harley, hol schnell das Amulett von Harmonia. Nur so können wir siegen. Du findest es da in der Ehrenhalle. Ein Amulett von Harmonia. Kommt sofort! Ich hab' ne Idee. Ich sag' dir, Zeus ist nicht hier. Geh nach Hause. Lass uns in Ruhe. Wie kann die kleine Schwester es wagen, mir Befehle zu geben? Dich, den Ares! Ja! Du musst die kleine Schwester für ihre Unverschämtheit büßen. Nein! Nein! Unser Zuhause! Du hast das Amulett! Hey, du Hohlkopf! Was denkst du dir eigentlich? Oh, nein, nicht das! Verschwinde! Oh, ich fühle mich so harmonisch. Es tut mir so leid, dass ich euer Fest gestört habe. Ich gehe am besten nach Hause und meditiere. Namaste, Freunde. Oh, um. Es tut mir sehr leid. Wenn ich an Feiertagen nach Hause komme, gibt es immer ein Familiendrama. Ist nicht dein Ernst? Das ist nicht wahr. Leider ja. Hilf mir. Ich hab im Kampf mit Giganta alle Energie verloren und jetzt kann ich mich nicht wieder aufladen. Keine Sorge, das haben wir gleich. Das wird nur nicht so einfach. Wir brauchen dringend wieder Strom, sonst versinkt Metropolis im Chaos. Wir können für die Menschen was tun, aber von Strom verstehen wir nichts. Ich weiß, wer da helfen kann. Hier drin ist es sicher, Leute. Und warm. Schnell rein. Ich brauche deine Hilfe, Lightning. Was ist mit Thunder? Ich brauche nur dich. Komm mit. Nein. Ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Doch, du schaffst das. Dad hat immer gesagt, wir können alles. Ja, aber nur wir beide zusammen. Eins, zwei, drei. Für eure Verdienste um die Wiederherstellung der Stromversorgung von Metropolis. Wie das wohl ist, wenn man so eine Schwester hat, das weißt du doch. Ja, du hast uns. Oh, nicht so fest. Oh, entschuldige. Ups. Wo gehst du hin? Ich muss sehen, ob diese Gala auch nach Blackfeuers Geschmack ist. Wirklich? Wirklich? Aber sie ist... Tja, gemein wäre noch ziemlich untertrieben. Wieso bemühst du dich immer wieder um sie? Blackfeuer war wirklich gemein. Aber sie war auch süßer als der Kuchen der unglaublich süßen Gurkabären. Ich muss ihr noch eine Chance geben. Hallo, Knifster. Ist dieser Platz besetzt? Bedauerlicherweise ist er frei. Ich verstehe nicht, wieso du mir gegenüber so aufwärts gebracht bist. Hab ich was getan, das dich beleidigt? Ja. Ehrlich gesagt ist dein ganzer Superhelden-Lebensstil eine Beleidigung. Wir sind Prinzessinnen von Tamaran. Ich sollte nicht den Gedanken ertragen müssen, dass meine Schwester sich herablässt, minderwertigen Menschen zu helfen. Ach, das ist schwächlich. Es tut mir leid, dass du dich so quälst. Wenn es dir wirklich leid tun würde, würdest du die Superhero High verlassen und nach Korugar wechseln. Dort lernst du, wie du mit deinen Superkräften dir selbst und deiner Familie Ehre erweist. Willst du nicht so gut wie möglich sein für unsere Familie? Unseren Planeten? Ja, da hast du absolut recht. Wenn Korugar die Spiele gewinnt und beweist, dass sie wirklich die Besten sind, tue ich, um was du mich gebeten hast. Abgemacht. Aber wenn die Superhero High siegreich sein sollte, dann tust du das, was ich mir wünsche. Und das wäre? Du nimmst meine Anrufe entgegen und beantwortest meine E-Mail-Nachrichten. Und klickst Gefällt mir bei meinen Statusmeldungen auf sozialen Netzwerken. Dazu kommt, dass du mit mir einen Tag des Spaßes verbringen wirst. Einen Tag des Spaßes? Ein 24 Stunden langes Zusammensein der zwei Knifsters. Wir verlieren auf keinen Fall. Deswegen haben wir eine Abmachung. Keine Bewegung. Ansonsten. Hey ho, Mr. A. Oh, regt euch bitte nicht auf. Ich hüpfe nur kurz vorbei, um meine Schwester zu sehen. Ich habe dieses Friedensangebot für dich. Mein absolut wertvollster Besitz. Das goldene Vlies. Ist das wieder ein gemeiner Trick? Das Amulett von Harmonia funktioniert wirklich? Das ist nicht gemein, das ist geschenkt. Seit ich das hier trage, fühle ich mich wie der Gott des Friedens. Vegan. Ihr solltet unbedingt mal bei einem Trommelkreis mitmachen. Das bringt die Aura zum Strahlen. Eine große Milch to go, bitte. Herrlich. Sorry, Catwoman. Ich hole dir schnell eine neue. Damit wirst du ganz groß rauskommen. Du wirst ein echter Star, Harley. Ja, Baby. Ivy, wie wunderbar, dich hier zu treffen. Unglaublich, wie du aussiehst. Ich sagte schon, hier gibt's keine Katzenminze. Autsch. Denkst du, dass ich nur herkomme, wenn ich irgendetwas will? Und warum bist du hier? Ich will etwas. Oh, bitte. Harley hat auch ja gesagt. Wir sind Gotham Girls, alle für eine, nicht wahr? Sie kannten die Helena von Troja? Oh ja, eine ganz besondere Dame. Hilfe! Hilfe! Irgendwas ist mit Harley. Kommt! Wir kommen gleich wieder, Aris. Lasst euch Zeit. Nur keine Eile. Ich bleibe hier und genieße dieses Elixier. Hilfe! Seid ihr auch alle hier für die Audition? Catwoman sagt, ich wäre die Besetzung für Mide in Nöten Nummer 1. Und da sage ich zu Herkules, das ist keine Sirene, das ist meine Mutter. Was ist denn da dieses? Eine Pollengranate. Ganz ruhig, ich mach das schon. Ihr habt mein Amulett geklaut. Da sage ich um. Uncool. Nichts davon taugt etwas. Wir werden dir auf Korriga neue Kleidung beschaffen müssen. Aber der Sieger steht noch nicht fest. Es kommt ja immer noch das Heldenballspiel, die Kampfroboter und natürlich der Partner-Biathlon. Denkst du wirklich, dass du und Supergirl mich und Blies im Biathlon schlagen könnt? Ach, bitte. Supergirl und ich haben trainiert und unsere Partner-Strategie verfeinert. Und? Sprich ruhig weiter. Erzähl mir ganz genau von eurer Strategie. Ich will einfach nur sagen, sollte sich die Superhero-Hide durchsetzen, freue ich mich schon voller Inbrunst auf unseren Tag des Spaßes. Wir könnten die Seehühner im Park anschauen und so lange Eis essen, bis wir den unglaublichen Hirnfrost bekommen. Schwächlich. Ich... Pau, Kampfroboter startklar. Was ist mit dir, Partnerin? Ich bin bereit, Robotern in den Hintern zu treten. Verdächtige Aktivität in Sektor H. Du musst nichts von diesem Zeug nach Coral Gum mitnehmen. Das ist alles Schrott. Ach, das ist alles gar nicht der Schrott. Erinnerst du dich nicht an unser großes Lachen der Ausgelassenheit an jenem Tag auf Tamaran im Zoo? Ich weiß noch, wie peinlich es war, als du in den Pocahusi-Pferch gefallen bist und geheult hast. Mädels, es gibt Ärger. Blackfire, schließ dich mir bei dieser Rettungsaktion an. Ja, klar. Viel Spaß dabei. Genieß dein Dasein als Super Null. Wir sehen uns dann morgen, Knifster. Ich zerstampfe euch! Wo ist denn der Badjet? In der Werkstatt. Dank Mrs. Clayface. Mir nach, Flieger! Und der Rest kommt hier rein. Aris, bitte! Wo ist deine Liebe zum Frieden? Die ist weg! Der Cheat ist der natürliche Zustand der Welt! In Deckung! Ah! Ice! Komm schon, Oracle! Was siehst du? Identifiziere Schwachstelle. Starfire, Bumblebee! Schock den Metallturm! Ich bin doch ein Dorn! Ich bin doch ein Dorn! Oh, yeah! Blackfire, komm auf der Stelle mit. Oder du kannst mit Konsequenzen rechnen. Blackfire! Los, komm, Knifster. Ich dachte, du machst die Rückreise auf den Planeten Koruga. Wollte ich, aber du brauchst meine Hilfe. Heldentum. Irrational, aber gut. Wir feuern auf drei. Eins, zwei... Drei! Was war das? Wir sind die Knifsters. Wir sind am stärksten, wenn wir den Strahl der Gemeinsamkeit abfeuern. Dafür werdet ihr büßen. Er zerstört Metropolis. Wir müssen ihn von hier weglocken. Danke. Wo steckt nur dieses Amulett? Das könnte sonst wo sein. Ich könnte da behilflich sein. Miss Martian? Wie? Mittels Telepathie. Das kannst du? Ja. Eigentlich bin ich ungern in fremden Köpfen, aber da das ein Notfall ist... bei Catwoman in die mobile Einsatzzentrale. Ich laufe vor. Hey, Aris! Danke für das goldene Vlies. Das Vlies ist mein und du wirst seiner niemals würdig sein. Ach ja? Willst du es zurück? Willst du es zurück? Dann komm her! Wie ist die Lage? Sieht aus wie ein Gesichtsscanner und eröffnet nur für Catwoman. Ich brauche einen Vorschlaghammer und viel Nitroglycerin. Oder ich könnte... Eine Formwandlerin. Wieso wusste ich auch davon nichts? Ich hasse Angeberei. Bring das hier zu Wonder Woman und zwar so schnell du kannst. Wegen eurer Unverschämtheit wird jetzt der Krieg in Metropolis Aschen. Hier ist das Amulett von Harmonia. Gut, das ist das Einzige, was ihn davon abhält, komplett überzuschnappen. Das ganze Chaos ist deine Schuld, weil du das geklaut hast. Wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre eine coole Halskette. Wenn du nicht endlich deine Pfoten von... Hey! Aris will nur, dass wir alle miteinander streiten. Wir brauchen einen Plan, wie wir ihm das Amulett umhängen und die Stadt retten. Die beste Schleichkatze der Superhero Hai wird das erledigen. So glänzend. Passend für das Glatt zum Abschlussball, aber die Pflicht ruft. Oh, mir brummt der Schädel. Oh, ich hab's schon wieder getan. Ja, komm, wir gehen. Wirklich? Du willst mir helfen? Nach all dem? Dafür ist die Familie da. Ich bin stolz, das Band der Ewigkeit mit dir teilen zu dürfen. Ich auch. Nur schade, dass unser Band so lang ist, wie ich im Arrest verbringen werde. Glaubst du, eure Schulleiterin erlaubt mir, mit einer Boom Tube nach Coral Guard zurückzukehren? Aber sicher! Ich hole Schulleiterin Waller. Hey, ich hab nicht gesagt, dass ich sofort gehen muss. Hattest du nicht einen Tag des Spaßes geplant? Hm, ja. Zuerst finden wir raus, wie viele Muffins aus Kleie wir essen können. Und dann staunen wir gemeinsam über die Fische aus Qualle im Aquarium. Uh, und später kommt die Schlacht der fluffigen Kissen. Und danach folgen die Masken aus magischem Schlaf. Mir friert das Hirn ein. Du hast gewonnen. Bei dir ist das Gehirn zuerst vereist. Auf der Erde wird der Sieger dadurch geehrt, dass ihm alle Getränke über den Kopf gekippt werden. Das geht auf mich. Ich zahle für alle. Geht klar. Ich kenne die absolut lustigste Art, wie wir unseren Fun Day feiern können. Wir setzen uns hin und meditieren in aller Stille. Oh, Blackfire. Du total verrücktes Schwesterhundu. Ich meinte doch einen Mega-Spaß-Trip in unseren tollen Zoo. Ah! Ist das hier nicht super-mega-witzig? Unsere Spaßkonzepte sind sehr unterschiedlich. Wollen wir jetzt lieber die Polarbärchen oder die gepunkteten Langhalspferdchen sehen? Von deinen bizarren Erdtieren habe ich genug. Ich meine, was genau soll denn das bitte darstellen? Ein Hai mit Bein? Wirklich lächerlich. Der ist ja gar nicht aus dem Zoo. Das ist der Kingshark. Ja. Fischstäbchen sind jetzt genau richtig. Wir müssen ihn stoppen. Ja. Diese Fischlein sind alle nicht zum Wunder. Hier, fisch dir doch die. So kleine Mädchen, stellen sich nicht zwischen mich und mein Essen. Dann wirst du stattdessen jetzt mein Snack. Meine Schwester darf keiner essen, kapiert? Na, warte, du fliegende Fleischmöhrer! Und was nun? Blackfire! Der alte Kinderreim, als wir noch ganz klein waren. Wir wollen noch nicht zur Wette und fliegt um die Wette. Rum geht's, rum geht's, der fällt! Ja! Ach, Schwesterchen! Fun, der ist klasse! Fun, der ist klasse! Tja, ich muss zurück zur Corriga Academy. Sehen wir uns zum Tamaranischen Freiheitstag wieder? Den würd' ich niemals nie verpassen wollen. Danke, Schwesterchen. Das war fun. Oh, und wie! Mit dem Ohr-Hahn Da fliegt man weit, dazu sind wir bereit Mit dem Ohr-Hahn Kommt die Zeit, nur Grund ist zu tun Mit dem Ohr-Hahn Der DC Superhero Girls